Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4, dem Speedrun-Versuch auf extrem schwer. So, Kapitel 17. Wir schlagen uns einigermaßen gut. Wir haben tatsächlich sogar ungefähr 17,5 Minuten Verzögerung in Bezug auf den Guide, an den ich mich richte, der das Spiel ja in unter 5 Stunden ungefähr durchgekriegt hat. Achso, muss der Dialog ausgelöst werden. Na super. Ja. Man könnte fast sagen, pro Kapitel bis jetzt habe ich ungefähr eine Minute durchschnittlich vertrödelt. Und dabei war ich am Anfang sogar noch zwei Minuten im Vorteil. Ich war zwei Minuten schneller als der Guide. Aber dieser Vorteil hat sich sehr schnell verflüchtigt. Selbstverständlich wegen der Kämpfe. Die auf extrem schwierig natürlich etwas knackiger sind. Jetzt nicht extrem schwierig, aber man kann jetzt nicht, wie auf dem Forscher-Schwierigkeitsgrad, einfach nur ohne Deckung durch die Gegend laufen. Sich von allen Seiten treffen lassen. Und blind auf die Gegner drauf feuern. Das geht hier auf gar keinen Fall. Allein dadurch geht natürlich schon ein bisschen Zeit flöten. Ach Gottchen, wie geht's hier denn nochmal weiter? Ich hab keine Ahnung. Dort oben eventuell? Ja, da oben. Ach, ich Idiot. So. Ja. In die Richtung müssen wir auf jeden Fall weiter. Dann können wir uns auch schon mal in Position begeben. Helena wird jetzt eine kleine Weile brauchen, bis sie die Kiste nach unten schmeißt. Es tut mir leid. Hey, meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Äh. Hey, hier oben ist ein... Äh, ja. So, aus Langeweile schwingt der Nathan mal casual-mäßig so ein bisschen rum. Schau mal, ob du was brauchbares findest. Yep. Hey, ich habe hier was. Warte. Gut. Vorsicht, da unten. Danke. Jawoll. Okay. Äh. Sehr gut. Jetzt muss ich die nur noch hierhin platzieren. Das wird schon reichen. Wie, das reicht nicht. So ein Quatsch. So, geht doch. So. Hey, guter Sprung. Nicht schlecht, was? Super. So eine Frau zu verhalten. Idiot. Los, wir sehen uns drüben. Zack. Mach gar nicht gut. Zack. Alles klar. Ah, da hätte ich, glaube ich, direkt Viereck drücken müssen. Dann wäre es noch einen Tacken schneller gegangen. Also, ich würde... Hier drüben. Mhm. Kommst du da irgendwie raus? Scheint an der Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Er ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Weil der, wer weiß, ob der jemand... Oh, wow. Funktioniert. Tja. So, viel dazu. Ja, nach oben wäre gut. Danke. Ah, dort. Geht's weiter. So, zack, 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 zack. Ja. Gut. Oh. Ich brauche meine Waffe. Ach, natürlich. Während ich ziele, kann ich natürlich meine Waffe nicht wechseln. Ah, sehr gut. Danke, Elena. Gut gemacht. Nichts dabei. So. Jetzt müsste es hier weitergehen. Weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Oder auch nicht. Ah, dort. Die Richtung an sich war durchaus richtig. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Sehr schön. So weit, so gut. So, hier könnten wir ja theoretisch bis zum Auto schleichen. Ohne, dass uns einer sieht. Aber, ganz großes Aber. Das würde bedeuten, dass die uns ja sehen würden. Wow. Alter. Wie die mir fast ins Gesicht geflogen wäre. Das war ja jetzt geil. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow. Okay. Ich hätte lieber an der einen Säule bleiben sollen. Das wäre sicherer gewesen. Dann wären die Gegner alle schön zu mir gekommen. Und die Granate, die müsste ja theoretisch den Fluss runterfallen. So, kurz erholen. Gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schlecht, ja. Okay, vielleicht ist diese Säule fürs Erste doch keine allzu gute Idee. Ich denke mal hier, das wird eine bessere Position sein. Komm schon. Ah, komischerweise. Nachkommen, nee. Das ist doch jetzt scheiße. Bin ich extra zu der Säule gegangen. Okay, der Sniper, um den sollte ich mir keine Sorgen machen. Lieber um die, die dort rumlaufen. Alter, wie die immer perfekt die Drecksgranaten werfen. Und natürlich bin ich dann sofort tot. Das ist doch scheiße. Das gibt es ja gar nicht. Dabei ist das eine ziemlich gute Position, solange man halt die beiden Gegner rechts, äh, beziehungsweise links hier zuerst erledigt. Das sind sogar drei, oder? So. Kann ich bitte, ich wollte mich an die Kante rollen. Wenn ich eine Granate dann kriege, dann kann ich der wenigstens ausweichen, wieder, äh, mich erholen, hochklettern und dann wieder an die Säule. Das wäre so meine Strategie für den Anfang. Aber natürlich lässt mich das Spiel wieder mit. So. So. Sehr gut. Waren das alle? Irgendwie glaube ich es nicht, dass das alle waren. Aber der letzte Gegner traut sich vielleicht gar nicht raus, solange ich nicht mich bewege. Okay. Jawohl. Oh. Ich dachte schon, das wäre jetzt ein Gegner. Und nicht Elena, die da, der da hochklettert. Gut. Ab zum Jeep. Denn wenn wir alle am Leben gelassen hätten und uns zum Jeep geschlichen hätten, dann hätten die uns definitiv getötet, bevor wir damit hätten abhauen können. Definitiv. Deswegen, die mussten allesamt weg. Das waren jetzt bestimmt auch wieder mindestens zwei Minuten, die ich auf den Zeit-Counter draufrechnen kann, die wir in Verzug geraten sind. Naja. Wow, sieh dir den Aufzug an. So. Eine Frage hätte ich. Wieso will Rafe Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja genug. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erdereich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Okay. Ja, Rafe und Shoreline haben uns zu einem Erdaufgabe gefunden. Sollen sie das? Wir haben doch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verpflichtet. So, weit, so gut. Gleich kommt ja noch ein weiterer kleiner Kampf an einem Aufzug. An den erinnere ich mich auch noch ziemlich gut. Der könnte auch noch ziemlich tricky werden. Und das ist noch für Limbe ausgedrückt. Artikel schreiben. Ach, allerdings. Aber das würde wohl niemals glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. So ein Pech aber auch. Jawohl. Und hier runter. Das ist eine verrückte Vorrichtung. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Hätte ich da... Ja, ich hätte da runterfahren müssen. Na super. Ja. Egal. Bis hierhin sind wir ja ziemlich gut gekommen. So. Aussteigen. Ja, den... Moment. Kriege ich... Nee, die Seilwinde, an die komme ich gar nicht ran. Shit. Ärgerlich. So, jetzt aber. Na, können wir sowieso nur um die eine Säule dran machen. Okay. Ja. Hau raus. Sehr schön. Zack, zack. Weiter nach oben. Das gute Stück kommt hier hin. Jawohl. Hat gereicht. Hoch. Dann da raus. Puh. Wir haben, was die Klettersequenzen angeht, auf jeden Fall einen sehr guten Lauf. Mhm. So. Hat dir jemand Zweifel? Warte, Moment. Ich weiß was. Mhm. Als hätte... Äh... Als ob ihr die Idee gerade eben erst gekommen wäre. Die Seilwinde hat sie aber jetzt schon platziert gehabt. Von daher, ne? Oh, oh, oh. Hier. Okay, hochziehen geht nicht. Gut. Ich mache jetzt die Winde los. Okay. Tu das. Ich fahre das Auto zu laufen. Los geht's. Und ab. Und ab dafür. So. Aufzug funktioniert. Richtig? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich komme. Hi. Hallo. Hi. Ähm. Jetzt? Vielleicht sollte ich. Egal. Au. Hey. Pass auf. Bleib unten. Nimm das Auto als Deckung. Ich versuche sie zu flankieren. Ah. Alles klar bei dir? Ja, alles klar. So weit, so gut. Das ist ja nicht schlimm. Oh, ja, 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 ja. Nein. Was? Wie konnten die mich da denn erwischen? Shit. Na, großartig. Elena, alles klar bei dir? Ja, alles klar. Aber das Auto hat ein paar Löcher. Ja. Ja. Einer. So. Gerade noch so. Hey. Warum? Ach, dumm. Ja. Boah. Das war mehr als nur knapp. Aber zum Glück habe ich den Typen noch erledigt, weil sonst hätte er mir richtig in den Rücken schießen können. So. Juh. Miese Drecksau. Ei, ei, ei. Uuuuh. Ja, dumm. Dumm. Ich hätte lieber bei der Kante bleiben sollen. Ja. Na ja, wenigstens starte ich direkt hier wieder. So. Müssen, müssten hier alle sein. Jawohl. Sehr schön. Verdammt, das wäre ein leichtes Ziel. Und hepp. Sehr schön. Okay, ich dachte, dieser Kampf würde deutlich länger dauern. Wir haben ihn aber tatsächlich noch ziemlich gut meistern können. Bist du okay, Nate? Ja. Na, komm schon. Du fährst. Sicher? Du machst das doch gut. Nach all dem brauche ich eine Pause. Ich habe mir überlegt. Diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. So, Mordelle. Oh nein, nicht da runterfallen. Puh, so. Wenigstens haben wir die Kämpfe in diesem Kapitel schon geschafft. Das alleine ist für mich persönlich eine Menge wert. So. Aha. Sehr gut. Ich habe die Kontrolle wieder. So muss das sein. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Super. Fahren wir durch Schleusentor. Ja. Allerdings muss ich hier lang, um am Ende oben beim Schleusentor anzukommen. So. Also meine Vermutung wird sein, unsere Verspätung, in Anführungszeichen, bezüglich des Guides, hat sich vielleicht auf 18, aller aller höchstens 20 Minuten gesteigert. Nein, das klappt nicht. Ist blockiert. Okay, ich versuche das andere. Mhm. Das hätte man ahnen können. So. Hinter Tür Nummer 2 befindet sich der richtige Ausgang. Ich bin jetzt richtig motiviert, das Spiel noch zu Ende zu bringen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so nah am Erfolg sein würde, wie jetzt aktuell. Ich dachte wirklich, bei den extrem schwierig kämpfen, da würde ich mich sehr viel schlechter schlagen. Tja. Da habe ich mich selbst eines Besseren belehrt. Oh. Ja, da hätte ich eigentlich langfahren müssen. Na gut. Ja, wobei. Von da aus habe ich ja nicht genügend Schwung. Da muss ich hier hoch. Und los geht's. Und hepp. Bis jetzt läuft's verdammt gut. Jawohl. Ich glaube, da hinten ist der letzte Aufzug, den man nutzen muss. Und danach muss man nur noch ein kleines bisschen laufen. Und schon kommt man im nächsten Kapitel an. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft. Ein gutes Zeichen. So. Es ist schon überraschend, wie viel schneller das Spiel durchzuspielen ist, wenn man keine Cutscenes sich anguckt, nicht durch die Gegend läuft und alles erforscht, gar nichts aufsammelt, keine optionalen Gespräche. Hätte ich echt nicht erwartet. Ich bin jetzt in nur wenigen Parts so weit gekommen, wie ich vorher, glaube ich, erst nach 30 Parts gekommen bin. Glaube ich jetzt so aus dem Kopf. Gefühlt war es auf jeden Fall sehr, sehr lang. Hat ein bisschen gedauert. Und hat natürlich auch teilweise daran gelegen, dass ich überhaupt noch nicht den richtigen Weg gekannt habe. Wunderbar, die Piratentechnik. So. Hier können wir uns ja jetzt weitere optionale Gespräche mit Elena leisten. Aber ich werde dieses Mal schweigen. Auch wenn es mein Herz und meine Seele bluten lassen wird. Wie auf einer Postkarte. Ja, und Nathan sagt nichts. Ich würde zu gerne, aber ich will nicht riskieren, dass dadurch am Ende noch irgendwie, keine Ahnung, die Sequenz ein bisschen in die Länge gezogen wird. Möchte ich nicht. Ah, jetzt ist es schon nicht mehr möglich. Gut. Also ist es zeitlich begrenzt. Bis ungefähr zu dieser Stelle. Alles klar. Kann ich mich schon in den Wagen setzen? Wahrscheinlich erst, wenn sich das Tor öffnet, oder? Ähm... Hier. Los, hilf mir mal. Ja. Klar. Okay. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich zu abschaffen? Ah, immer noch keine Filmsequenz. Schade. Wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Ja. Wieder so ein kleines Gespräch, das eigentlich Skipper sein sollte. Aber das ist es nicht. Das hat bis später Zeit. Ab in den Wagen. Ähm... Ah, jetzt. Diese Musik in Kombination mit dieser Umgebung bei mir. Ein perfektes Zusammenspiel von der Spielkulisse und dem Soundtrack. Einfach nur wunderschön. Hey. Helena. Hey. Wir sind hier, Sack. Wo bist du? Nach in der Luft. Ein paar Schorleinfahrzeuge sind unterwegs. Verlauten. Werden wir wohl bald sehen. Ja. So, ich habe jetzt extra ein kleines bisschen nichts gesagt, damit ihr auch ein kleines bisschen die Musik mit der Kulisse genießen könnt. Wir versuchen es. Over und out. Äh, nope. Da lang. Okay. Wir müssen über die Brücke rüber. Das wird witzig. Wie immer. Wie immer. Verdammt. Und diese arme Brücke Nathan Drake hatte nur noch 10 Tage bis zur Rente. Und du hast sie getötet. Böser Nathan. Halt. Nate. Nate. Da, wir können die Felsen hochklettern. Okay. Oh. Oh. Na los. Nate. So. So. Hoi. So. Schnell. Und. Ja. Reicht perfekt. Filmsequenz. 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 Ja. Filmsequenz. 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 Film Ωdaufluss. Film friendships. Filmsequenz. Der Speedrun dauert ja auch nicht mehr all zu lange. 2, höchstens 3 draus Videos noch nach diesem hier. encrypted sem�令. Elena. Ich finde ihre ganzen Töne, die sie beim Klettern von sich gibt, ehrlich gesagt, ganz nett und süß. Wo ich ganz ehrlich auch sagen muss und zugeben muss, ich würde mich beim Klettern wahrscheinlich genauso anhören. Ich bin jemand, der bei solchen Aktivitäten sehr gerne Töne macht, ohne es zu wollen. Ich kann da meistens nichts für. Ich weiß ja, dass sich das komisch anhört, aber irgendeine Gewohnheit in mir verhindert, dass ich es anders mache. So. Hier an der Stelle. Direkt hier hin. Dort hoch. Hoch, hoch. Zack. Und dann sollten wir gleich schon beim nächsten Kapitel ankommen. Da ist die andere Seite der Brücke. Und Hallöchen. Kapitel 18, New Devon. So, kurzer Blick auf die Statistik. 4 Stunden 15 Minuten. Der Guide sagt, wir hätten hier sein sollen, ähm, 3 Stunden 50. Echt? 3 Stunden 50. Wow. Hoppala. Dann habe ich jetzt schon 25 Minuten Verzug. Es könnte noch knapp werden zum Ende hin. Eieieiei. Das bedeutet, wir dürfen uns bei den Klettersequenzen gar nichts mehr an Fehlern leisten. Und auch die Kämpfe müssten wir zumindest ohne zu sterben durchkriegen. Damit wir höchstens 1-2 Minuten Verzögerung beim Guide haben. Aufgrund der Tatsache, dass wir, äh, uns in der Deckung verkriechen mussten. Aber ansonsten, oh Mann. Ah, das könnte knapp werden. Das könnte noch sehr, sehr knapp werden. Es bleibt spannend, tatsächlich. Nach wie vor Schusspräzision 70%. Ich fasse es nicht, dass ich mich immer noch so genau da dran halten konnte. Das gibt's ja gar nicht. Okay, kurzer Blick auf die Zeit von dem Part. Nee, von der Zeit her reicht es jetzt ungefähr. Super. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr es schon an einigen Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wir haben nur noch eine Stunde vor uns. Das bedeutet, im besten Falle dauert es nur noch zwei Parts, bis wir den Speedrun fertig haben. und hoffentlich, hoffentlich auch erfolgreich unter sechs Stunden geblieben sind. Ich bin gespannt. Ich darf es jetzt nicht verkacken. Ich glaube, ich werde mir vorsichtshalber einen zweiten Speicherstand anlegen. Nur für den Fall der Fälle, damit ich notfalls zu dieser Stelle wieder zurückkehren kann. Man weiß ja nie. Ich will auf Nummer sicher gehen. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!